Und ein ganz besonders herzliches Willkommen natürlich an Olaf Scholz, an Matthias Blatzeck. Schön, dass ihr hier seid. Wenn es Grants heute auch kommt, kann man aus persönlichen Gründen heute nicht. Wir sind eben schön grüßt. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Applaus Lieber Olaf, lieber Matthias, ihr steht in euren Ländern für eine gute Verbindung aus einer vernünftigen Wirtschaftspolitik und aus einem engagierten Einsatz für die soziale Gerechtigkeit. Ihr steht für gute und solide Regierungsarbeit, für Verlässlichkeit. Und ihr seid die Garanten für die wahre Erfolge der SPD in euren Ländern. Und deswegen vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid und uns zu unterstützen. Dankeschön. Applaus